Wir vermissen eine Person, 14 Jahre alt, rote Haare, ca. 1,50 Meter. Er ist heute Morgen zum Frühsport nicht aufgetaucht. Warum entfügt man den? Für den Roten kriegt man doch wirklich keine Lösung. Ich bin Sandor. Liebe Grüße gehen raus an dich. Ich würde es freuen, wenn wir wieder zusammen trainieren. Ich meine, du chillst nur in Südafrika. Ich grüße mich ein bisschen an. Und weitere Grüße an Jermin Siegel. Gratulation zu deiner Zunja, weil es hier ist. Zu deinem Sieg. 1 Like. An Laskoch noch, oder? Ja genau, An Laskoch. Grüße gehen raus. Warst du schon in der Alp? Okay, viele Grüße nach Fortwange. 5 00 A. 4 6 6 7 Jetzt geht's los mit den EWs, alle sind bereits heiß, wir stehen schon auf der Straße, heute zweitschönster Tag der Woche und dreimal zehn Minuten, gleich noch ein Vorbereitungs-EW, zwei Minuten, die Vorfreude steigt, los geht's. So, servus Leute, wir sind jetzt hier noch zu viert unterwegs, die anderen waren jetzt ein bisschen zu langsam, jetzt können wir mal ein bisschen Gas geben hier, richtig geiles Wetter, natürlich heute Morgen nicht angecremt, heute Abend wird heftiger Sonnabrand am Start sein, oder? Was meinst du? Ja, wir haben uns gerade noch einen kleinen Umweg gemacht, aber jetzt haben wir auf jeden Fall den richtigen Weg gefunden, hier an der Autobahn entlang, nicht so schön, aber wird schon noch 15 Kilometer bis Heimau, dann haben wir es auch geschafft. So, wir haben es auch geschafft, wir sind hier zurück am Wallermann. Jungs, wie fandet ihr die Tour heute? Richtig geil. Richtig geil, oder? Bist du ja die beste Tour, oder? Hier seid die supergeiz. Ja, ihr die beste Geiz am Start. Wir kennen hier die besten Wege, abseits von den natürlichen oder normalen Radwege, die wir sonst immer fahren, oder? Das sind alles gute Grate gefahren. Na ja, Hammer. Ja. Jetzt geht's auch schon mal noch ein bisschen an den Pool, ein bisschen Beine regenerieren und dann geht's morgen wieder ab. Guten Abend. Der Tag ist jetzt vorbei, wir haben heute 140 Kilometer gefahren und das in einer Zeit von, ich glaube, viereinhalb Stunden. Wir hatten heute einen 32er Schnitt, 32,5 glaube ich, also gutes Tempo, aber auch keine Berge, deswegen gewann ich so schnell. Und heute haben wir zum ersten Mal einen richtig geilen Sonnenuntergang und ich versuche jetzt mal eine geile Timelapse rauszuholen. Ich habe jetzt auch richtig hart Sonnenplatz gekriegt heute. Na ja, mal schauen. .